Ich habe noch ein Video von der Woche, so Joggelisch. Du darfst es schon suchen und schnuppern. Das ist kein Problem. Django, komm. Komm, komm Tschüss sagen dem Hund. Hast du keine Zeit? Du, jetzt musst du das Geld sagen. Hallo sagen. Und da sind die Hundenschulen dort auch erstellt, dass sie schon so sozialisiert sind. Mit den Ferienhunden und unseren Schäfern. Ja, ja. Gell? Ein lustiger Baby. Aber das ist das, was mich dann so traurig macht. Da gibt es so super sozialisierte Baby ab. Und die Leute bringen es in einem Tag zu fettig, um es ängstlich zu machen. Gell? Oh, es hat sich gesündet.